hallo ich wollte heute mal mit der cnc fräse ein lustiges wc schild machen und quasi wurde wo der mann über über die wand guckt zur frau hin einfach nur spaßes halber mal hat mir gut gefallen zeige ich euch jetzt mal habe ich programmiert jetzt in estel cam und das fräse ich jetzt mal mit euch zusammen viel spaß dabei so ich habe jetzt eine siebdruckplatte auf der wakuumplatte befestigt gleich mal die pumpe anderen wird es angezogen und dann habe ich einen kegel fräser wo ich einen mit einem millimeter das ausfräsen will jetzt machen wir mal die wakuumplatte an und dann starten wir mal das programm und dann schauen wir mal was passiert fest ist es so 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 Jetzt nehmen wir die Gäse an die Seite. Ja, ist doch ganz cool geworden. Es gibt ein lustiges Schild. Mal gucken, wo wir das hinhängen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, bitte gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich werde sie gerne beantworten. Und wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank. Ciao.